Hey und Willkommen zu einem weiteren Video hier von Razzard Flummi. Heute werden wir wieder auf Unge reagieren und ich würde sagen, wir starten direkt rein und los geht's mit dem Video. Unge reagiert auf unsympathisch. Mal schauen, was hier los ist. Ohne immer mit seinem Bärtchen. Ach, das ist schon lustig. Und mit seiner Mütze. Also immer wieder krank. Richtig, dass ich letztens vor dem Supermarkt ein etwas jüngeres Mädchen gesehen habe, das gemeint hat. Als ich die Marke so weit, meinte sie, dass sie 100 Euro verloren hat. So großartig ich bin, habe ich jetzt 20 Euro von den 100 Euro, die ich vor dem Supermarkt gefunden habe, gegeben, damit sie sich besser fühlt. Wenn dir das Schicksal gut ist, muss du auch gut ist. Das ist ein Schock, das ist ein Schock. Das ist ja kein... Das ist ja nicht ernst gemeint, das weiß ich. Ja, ist er nicht ernst gemeint, ist er nicht ernst gemeint. Ja, mit deinen Fingern, hör mal auf, ey. Opfer sagt man nicht, aber egal. Und das sagt man auch nicht dreimal. Ich glaube, ich weiß ganz genau, wer das ist. Was ist denn so nett? Es ist einfach immer gut. Ja, das glaube ich wirklich war, ne? Das glaube ich wirklich war, Alter. Unge trinkt jetzt erstmal ein Säfchen auf jeden Fall immer wieder. Gut, wenn Unge ein Säfchen trinkt, man findet es auf jeden Fall immer gut. Hä, what? Ja, ja. Oh Gott, das will. Okay, was ist da denn los? Alter, warum sind wir denn alle so lustig? Was ist denn los hier, Alter? Oh Gott, ich habe meinen Fuß irgendwie wie getan. Aua, aua. Diese Lache. Ich kriege mich nicht mehr ein. Ohne Witz. Oh, ich war richtig lustig hier. Was ist denn hier los, Alter? Was ist denn hier verkehrt? Meine Jüde. Der Wahnsinn, was hier abgeht, ey. Ich kann es nicht fassen. Habe ich nicht. Also, Unge sei im Saft, Alter. Ja, das war jedenfalls Unge und würde auch sagen, lasst eine kleine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Reaktionsvideo, was irgendwie so in 5, 6 Tagen kommt. Ich mache nicht so oft Videos, also nur ca. einmal in der Woche ein Video. Also, wartet am besten gar nicht auf meine Videos, aber hier ist mein neues Video und ja, lasst eine Bewertung da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Habt noch einen schönen Tag.